Dann möchten wir euch jetzt in den Ferien den Bob vorstellen. Bob, unser Notfällchen, ist ein Kater. Wundert euch nicht, dass ich ihn jetzt nicht anfasse. Der Bob ist nämlich blind, deshalb braucht er immer erstmal so ein bisschen eine Anlaufphase. Man muss ihn vorher ansprechen, ist aber ein ganz freundlicher, ist schon ein älteres Tier. Wurde draußen gefunden quasi, war schon blind, weiß niemand, wie lange er blind draußen unterwegs war. Soll auf alle Fälle in eine Wohnung zu ruhigen Leuten, die ihm ein bisschen Zeit geben, dass er ein bisschen ankommen kann und für Bob suchen wir ein ganz tolles neues Zuhause. Und ich glaube, er riecht es jetzt, dass da drüben Futter aufgemacht wird. Also Bob, unser Notfällchen, jetzt im August, sucht eine neue Familie, der blinde Kater, Bob.